Dach Gemeinde, da sind wir wieder bei Let's Play Together mit Klo und Co. Yo. Hier gemütlich in der Runde bei einem Teechen, bei dem schönen Wetter hier. So kühl um die Ohren, da können wir mal ein Teechen gebrauchen. Genau. Und da haben wir uns hier in unser Wohnzimmerchen gesetzt, haben gedacht. Wir quatschen. Eine Runde quatschen, tut auch gut. Kleines Appalchen machen, ein Äpfelchen essen. Gut, ich habe keinen Hunger. Ich habe nicht. Ich muss sagen, wir bereiten uns zur Tat. Genau, ran an die Arbeit. Ran an die Arbeit, ja. Heute wollen wir ein bisschen, was wollen wir denn machen? Ein bisschen Lagerumbau. Genau, weil das, was wir hier haben, das ist ja schrecklich, schrecklich. Ja, so ein bisschen. Ja, nicht schrecklich, aber es ist halt, es fällt uns nicht so ganz. Und deswegen haben wir halt gedacht, kleines Räumchen schon mal ausgehoben. Und dann auch hier direkt hier dein Energistics-Anschluss haben. Richtig, das hervorragend. Ich habe irgendein Haar im Mund, das ist auch ganz toll. Ja, wer weiß, wie du mit deinem Mund rum bist, ne? Macht sich schön auf der Zunge, so ein Haar. Ja, wir wollen das auf jeden Fall auch wieder so ein bisschen Teil davon, Teil davon, Teil Plain Energistics, ein paar Logistik-Pipe und blablub. Genau. Und so weiter. Mach mal, ich gucke mal hier oben. Wir haben schon mal ein paar Rezepte vorbereitet. Und zwar die Multipage-Chest. Die kennt ihr ja. Möchtest du da auch mit reingucken? Ja, kannst du rausnehmen. Dann nehme ich sie nämlich raus. Vier Stück. Genau, dann. Vier Stück, vier Stück. Mal vier oder fünfmal? Fünf. Ja, wenn wir die ganzen Erz hier mal wegtun. Ich nehme Berberls. Berberls, Berberls, Berberls sind... Ganz rechts. Da drin. Berberls, kannst du die rausnehmen? Was? Möchtest du die rausnehmen, Schätzchen, oder soll ich sie rausnehmen? Aber schon, wir finden niemals sie, Mama, macht, ne? Ja, das reicht. Genau, dann... Wir wollen das ein bisschen so machen, diese großen Sachen, wo wir viel von haben, Kupfer, blablub, Cobblestone und so weiter, die wollen wir in Berberls packen und den Rest, das Gelump, das Gelump, ey. Gisten. Alles in Gisten. Kätzchen, jetzt esse ich ein bisschen von deinem Apfel. Danke, danke. Er hat gemundet. Ratziös. So, und dann haben wir hier noch diese Craft Packet. Obsidian, TNT und Block of Diamant. Das ist eine teure Sache. Ja, das ist Craft Packet, damit macht man einfach dieses Extra Dimensional Storage Barrel Upgrade. Der hört den Namen, ne? Ja, aber ich muss dir mal überlegen, das ist so ein... Also könnte man so eine Zeile... Jetzt, ich lese oben so eine Zeile an dem Broadway Extra Dimensional Storage Barrel Upgrade. Heute hier, live in TV. Das wäre auch was Geiles hier, du kennst hier diese, 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 diese... Ähm... Die Verkaufssendungen hier. Und heute im Angebot, nur für sie, unschlagbarer Preis. Nur, nur, und liebe Leute, hört genau zu. Nur 9,99 Euro für ein Extra Dimensional Storage Barrel Upgrade. Yeah. Nur hier bei Klo und Co. Und wenn ihr jetzt in den nächsten 15 Minuten anruft, dann für euch um 8,99 Euro. Und eine Multipage-Chest kostenlos dabei. Ist das nicht unglaublich, Freunde? Ist das nicht unglaublich? Das ist nicht unglaublich. Ruft schnell an. Ran an den Hörer. Und wählt. 9,900. Sechs mal die Sechs. So, und hier haben wir noch diesen Craft-Stemper-Bomb-Dings. Genau, das brauchen wir aber dann gleich erst, wenn wir das hingestellt haben. Oder wollen wir es schon rausnehmen? Schon zu spät. Ja, nimm es schon raus. Woher stellen wir den überhaupt? Die Bomben nur ein einziges Mal im Leben. Ja, dann ist doch egal. Lassen. Ja genau, stellen da hin. Und da packt man das Teil einfach da rein. Blau, blau. Zack. Und 18. Ja, der hat dieses extra Storage-Upgrade. Hat der jetzt da reingepackt? Ne, nicht das Storage-Upgrade. Ne, dieses Empty-Craft-Packet. Da kommen dann die Diamond-Charts raus. Genau, ich bereite schon das Feuerzeug vor, mal. Wie denn, was machst du? Was machst du? Ich da einfach ein Chart. Ich glaube, so ein Dings war das irgendwie. So, genau. Genau, da haben wir den Red-Igniter. Weil wir brauchen da, wie ihr gesehen habt, brauchen wir nämlich Dark Iron Ingot. Da brauchen wir einen Block of Dark Iron. Ich mache mal einen Iron Block. Ja, ich baue mal den Ofen auf und nirgendwo. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 9. Man muss ja jetzt alles in Kompressor tun. Wir spielen ja mit Crack-Tisch. Da müssen wir alles in den Kompressor tun. Alles hat seine Richtigkeit. Die Uhr, die Uhr, die Uhr. Und wie bauen wir denn neben dem den Ofen? Wir wollen einfach jetzt hier rein. In den Lager. Warum? Ja, wohin sonst? Da passt aber nichts dazu, zu den Pärbel ist. Ja gut, dann machen wir das. Machen halt da rein. Ich bin auf dem Spitzen wie die Frau hier. Ja eben, dann halt die Klappe, weil alles anstrengende führt nur zum Schwitzen. Kaiser hier. Theoretisch müsste das ja so auch halt Ja. So, dann sind wir mal die ganzen Sachen da an. Zack. Und einfach den Block of Iron davor hin. Maestro-Kart. Zack, schwarz. Abbauen. So. Haben wir den? Hast du eine Crafting-Devorein? Dark Iron. Kann man auch hier oben in einfacher Crafting-Devorein. Ja, meine ich ja halt im Crafting-Bereich. Da haben wir die Dark Iron-Dinge. Aber wir brauchen doch ein paar mehr von den Teilen. Ja, sieben Stück. Sieben, vier, zehn, acht und zwanzig brauchen wir. Ja, deswegen brauchen wir noch ein bisschen Iron. Dann müssen wir ein paar Iron-Blöcke machen. Genau. Ich kann ja schon mal die Bärbel aufstellen gehen. Die Bärbel, weißt du, die werden von oben befüllt, oder? Haben wir das damals gehabt, gell? Ähm, Bärbel werden von oben befüllt. Genau. Ich hab schon wieder ein Haar im Mund hier. Ich flippe das gleich total aus hier. Die ganzen Haare hier. Bist du beharrt? Ja, aber im Mund? Ja, genau. Wir wachsen Haare im Mund und du hast Haarausfall. Wir wachsen versaute Haare im Mund. Ja, nur versaute Haare im Mund. Das Lied hast du dir angetan, ja? Ja, ist geil. Das ist absolut genial. Weiß auch nicht. So. Haben wir hier noch ein paar Iron-Blöcke und jetzt mal haben wir nochmal hier so einen schweren Mastercard-Ober. Das sieht aus wie eine Mastercard. Weiß nicht, wer von euch Mastercard schon mal gesehen hat oder besitzt solche? Das sieht echt aus wie eine Mastercard-GD. Ja, voll, Junke. Wo ist der? Wer? Schick. Hey, die verschwinden manchmal einfach. Kann sein, dass er verbrennt, oder? Was ist das für eine Scheiße hier? Ja, dann müsste man da zum Beispiel einen Blockbreaker so hinmachen. Dann geht das einfach. Ja, mit Blockbreaker geht es auf jeden Fall einfach. Müssen wir da mal bei Gelegenheit umbauen, das Ding. Hm. Wir gehen uns ja hier voll viel. So, das haben wir hier auch schon vorbereitet. Dieses, ähm... Extra-Dimensional-Storage-Upgrade. Ich brauch' noch zwei Block of Iron. Die sind ja hier wegge... weggeflutscht. Flutsch, flutsch? Einfach weggeflutscht. Ja, die werden verbrannt sein, oder so, schatzi mal. Ja, halt. Ich lauf' hier irgendwie immer gegen die Wände her. Die Hose, die schnelle Hose, das ist nix für mich. Ja, dann zieh sie aus, mach dich nackig. Zieh dich aus, kleine Maus, mach dich nackig. Zieh dich aus, kleine Schweftig, zieh dich aus. Nein, 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 nein. Das will ja keiner sehen. Machen wir heute Abend wieder, gellä? Ja, genau. Ausziehen. Ausziehen, ausziehen. Ausziehen, ausziehen. Verus, was haben wir da in den letzten drin? Silver. Silver haben wir auch viel, ne? So, jetzt haben wir sieben extra dimensional. Wollen wir mal gucken hier. Da gucken wir mal. Ich hab noch die Multi-Page-Chests, die stellen wir dann mal so, so, so und so. Silver haben wir 1000. Naja, okay. So, wie geht'n das jetzt hier? Shift? Ah, okay, zack. Einmal mit Shift, genau. Zack, 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 zack. Jetzt sind's die ultimativen Bails, da passen jetzt... 1024, beziehungsweise 25 Stacks rein. 1024 Stacks, also 1024 mal 64... Genau. Sind irgendwas mit 25.000, glaub ich, oder? Nee. So, was nimmst du jetzt, was hast du jetzt genommen? Was? Ja, um, äh, hast du schon irgendwas, um zum Einlagern, meinst du? Ja, hier hab ich mal die ganzen... Wollte nur oben in den Diamant-Pibes schauen. Zum Beispiel Kupfer, Silber... ...Eisen... Was? War Lead-Engort? Also warten, das ist... Ah, das Gold hab ich falsch einsortiert. Brauchen wir Lead, brauchen wir doch nicht da in so'n Barrel, oder? Keine Ahnung, Mann, ich hab jetzt mal die Rohstoffe reingedauert. Weil... Weil ich dachte eher sowas wie Cabblestone und so. Ja, hier im letzten hab ich Cabblestone, reicht ein Barrel mit Cabblestone, reicht der vollkommen, wieviel braucht man denn? Ja, ja, ein Barrel Cabblestone, einer ist Erde oder so, dachte ich, oder so. Weil Lead-Engort haben wir nie so viel. Ja, okay, dann nehmen wir Lead raus. Und... ...Silber... ...machen wir hier. Weißt du, was wir da reinmachen? So wie du gesagt hast, Erde. Erde, Sand... Ach nee, man kann ja nicht mehr Sachen rein tun, oder? Ja, wir können ja noch andere Sachen rausnehmen, falls wir was brauchen. Ich will, da waren wir wieder besonders schlau. Schau mal, was wir noch an... ...nicht unbedingt brauchen. So, Sand, ja, Sandstein haben wir auch so viel, das könnten wir aber dann gleich... Ja, Sandstein. Sandstein hier, das ist so, weil die das lagern, so ist das... Erde hab ich mal. Bauen wir noch Sand, oder? Willst du Sand echt reintun? In der Barrel? Ja, in der Barrel muss kein Sand, aber Erde und Koppel, dachte ich. Ja, also Koppel haben wir ganz recht, dann machen wir hier Erde rein. Und was wir noch ziemlich viel haben... Aber da brauchen wir auch nicht unbedingt. Was ist denn? Äh... Wie heißt denn das? Flint? Ah nee, da brauchen wir nicht extra ein Bell für, oder? Nee, nicht unbedingt. Zumindest könnten wir da vielleicht normalen Bell nehmen, aber... Ja, ja, das... Ah, du hast schon das extra-dimensionale Upgrade, hast schon überall drauf, ne? Ja gut, wir können ja noch mehrere Bells machen. Soll ich noch ein paar Mal haben? Ja, mach... Nee, das ist blöd, hier in der Ecke können wir keinen hinstellen. Aber hier vorne, eigentlich, hier können wir noch eine Reihe bei uns hinstellen. So um die Kurve. Das man hier normale Barrels macht mit Flint und sowas. Dass man da immer genau 64 Stacks haben. Drei Barrels gab's noch. Wood. Wood. Hier ist Oakwood. Ach, kack. Hier reiß' die ganze nochmal ab, machen wir das Ganze nochmal neu hier. Wir sind geordneter. Ich bin wieder am ölen wie ein Scheich, ey. Oh, eine kleine Hitze. Ja, so ist das. Erst regt man sich auf, dass es so kalt ist. Ich mein, dreiviertel Jahr kalt war natürlich echt heftig, gell? Aber... Da haben die jetzt keinen Dimensional Upgrade mehr. Die hab ich. Ähm, da. So, jetzt... Mach hier mal weiter Barrels noch. So, ja, in der Ecke nicht. So würde ich das machen. Ja. Hier würde ich wirklich nur die extradimensionellen Upgrade jetzt da reinmachen, wo man sie braucht. Genau. Wo hast du die ganzen Rohstoffe, also Erze? Also Gold. Also, ich brauche einmal Kupfer. Eisen. Einmal Gold. Einmal Pin. Machen wir Silber und so auch? Silber haben wir dauernd 800, hab ich oben geschaut. Das ist nicht zu viel. Aber... Ich habe jetzt Eisen, Gold, Pin, Kupfer. Ja, ich würde mal die wichtigsten Sachen halt zuerst mal machen, ja. Silber nehmen wir auch. Wollen wir Lead auch in normalen Barrel nehmen, nicht so extra dimensional? Können wir machen, ja. Noch? Oh, ja. Oder? Was sagst du dazu? Ganz deiner Meinung. Abababab. So. So, wo sind jetzt die extra dimensional? Die Reihe hier runter ist extra dimensional. Ja, das siehst du nicht. Du musst die Auslogung neu einloggen, dann siehst du es. So. Da würde ich sagen, machen wir mal. In dem ersten Mal machen wir mal Kupfer. Kupfer, dann Zinn. Da ist Gold drin, ne? Kupfer. Dann... Zinn. Dann Iron. Und dann haben wir noch zwei. Dann haben wir noch Silber. Aber wir brauchen da auch noch einen mit Erde und Kappel, oder? Ja, mach da Erde und Kappel, lass das Silber weg. Warten hier. Kappel und Erde. Kappel und Erde, genau. Das reicht, ich sag mal. In dem Barrel machen wir dann einfach Eat. Silber. In dem nächsten Mal machen wir Silber. In dem nächsten Mal haben wir Gold. Dann haben wir noch drei, wo wir noch was reinmachen können. Oder natürlich hier ganz... Der Edcraft, der nimmt es hier von den Vollen. Der macht ja überall Diamond Pipes hin. Ja, weißt du warum? Dass wir hier dann gleich das ganze überflüssige Kappel und Erde aussortieren können, damit das nicht durchs ganze System läuft. Weil sonst schlussendlich landet es hier hinten in der Kiste dann. Das wird... Verstehst du? Ja, das stimmt, das stimmt, das stimmt. Das sortieren wir hier gleich alles aus. So. Beziehungsweise in der anderen Ecke wäre besser. Aber hier noch. Ja, wäre besser, aber egal. Frei haben wir noch, frei. Eins, zwei, drei. Was packen wir da noch rein? Am besten in den Lager schauen, was wir so relativ viel haben. Kohle könnten wir noch in einen reinpacken. Flint. Kohle, Flint. Und... Und... Nicolid. Und Redstone könnten wir noch eigentlich... Oh, wir nehmen mal Redstone, Nicolid und... Kohle. Da, Redstone, Nicolid und Kohle. Dann tun wir mal reinpacken, ich drehe ja durch. Was denn hier los? Toll hier. Also, warte mal, gehen wir mal hoch. Das lagert dann um, Horstentum wäre wieder ein Offliner. Ja. Ja, wir fahren einfach nur das eine Lager ins andere. Hin und her tragen, hin und her tragen. Ich meine, das ist nicht wirklich interessant. Oder eine Pipe dran und rauspumpen zum Beispiel. Redstone, Kohle und... So, gehen wir runter. Jetzt gehen wir wieder runter. La, 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 la. Redstone. Und... Kohle. Nein, ich singe jetzt nicht den Kohle-Song. Außensweise. Das werde ich nicht tun. Freige mich, den Kohle-Song zu singen. Heißt, dass ich ihn schlecht finde. Finde lustig, aber... Aber trotzdem ist er scheiße. So, was hast du da jetzt... Scheiße ist er nicht, aber... Ich singe. Was haben wir nicht so viel? Weil ich würde hier gerne noch einen Bärber nehmen, wo wir zum Beispiel... Gravel reinmachen. Damit haben wir auch so viel, dass wir einen Bärber voll mit Gravel haben. Was haben wir da, was wir nicht unbedingt brauchen? Redstone, was haben wir... Redstone, Nikolit brauche ich nicht unbedingt im Bärber. Es hilft mich eh das Zeug, Nikolit. Redstone finde ich eigentlich ganz lustig. Nikolit können wir rausnehmen. Es ist ja egal, ob das in der Kiste... Genau, und du mal... Du deine Kohle-Eins statt Nikolait, du Kohle, und dann tun wir hier das rein. Jetzt erst mal wieder Kohle holen dann. Und Nikolait würde ich sagen, dann machen wir uns ein bisschen was in die Kiste rein und das Rest schmacht mal weg. Oder bei Nikolait brauchen wir wirklich extrem wenig. Ja, es brauchen wir extrem wenig und findet es extrem oft den Mist. Genau. Dann machen wir uns ein Bustex einfach in die Kiste rein und die Rest schmacht mal weg. So. Ein Nikolait haben wir. 5000. Hier mal Gravel, hier mal Kohle. Kohle. Zack, Kohle. Oh nein, jetzt habe ich mein Miners-Backpack da reingeschmissen. So. Du. Bei Nikolait braucht man echt nicht viel. So, wenn da ist voll, dann muss ich ja Nikolait voll rein. Wo war jetzt... Kupfer. Hier war... Kupfer. 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 Was? Kupfer. Kupfer. Das schaut ja gut aus, ne? Äh, Lied. Dann würde ich sagen... Kupfer. 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 Und Erde. Da holen wir uns weg, müssen kupfer. 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 Das geht mir so um den Sack hier. Das rum... Hier rüm-und-her-hüpfen. Und rüm-und-drübben. Und füben. Und was weiß ich. Hallo und Geister Nein, 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 mecker nicht rum Nein, ich will dich haben Komm her jetzt Mecker nicht rum Gold Redstone Gold Gold Redstone Redstone Ah Ah, das ist schon mal Schon mal gut, ne? Was hast du hier jetzt vor? Das gleich sehen, gleich schon rausziehen ein bisschen Genau, weil da können wir ja erstmal alles in den Lager tun Und dann verbinden wir es quasi wieder mit dem Lager Dass wir erstmal alles in den Kisten haben Dann können wir es wieder mit den Kisten verbinden So, damit ihr auch mal seht, wie wir das machen werden Und dann heißt es einfach nur warten Warten, warten Ein bisschen Goldtreib noch Ja, kommt schon Der Schwäfti macht das, was ich denke Deswegen mag ich den Keller einfach so gerne Ach, Schwäfti Ich muss sie gestehen Ich liebe dich Ich habe die Lippe I love you, baby I love you, baby Ich 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 Die Lippe macht mich Die Lippe macht mich Ganz glücklich Wir haben wieder Besuch hier oben Ich gehe mal kurz Eliminieren Schönen guten Tag, der Herr Kommen Sie rein Kommen Sie da rein Oh, wollten Sie doch nicht Was sieht denn hier da raus? Und da haben wir auch Besuch Pfeile, okay Hallo Pfeile Gießt von überall Ich gehe wieder rein Nö, 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 nö Ich gehe wieder rein So Läuft das hier raus? Ja, das läuft wie Lack Kloppt das auch? Wie Lack und Leder, ey Das klappt wie die Luzi Wie Luzifer Geht dann jetzt alles hier in die erste Kiste, gell? Ja, ja, klar Ist dir sehr egal Was geht da runter? Ja, schau oben einfach das Überschüssige Was hier in die Barrels nicht reingeht Zum Beispiel Carvelstone, Erde Alles, was man echt braucht Ach, du meinst, wenn Wenn Der Barrel voll ist Und der Barrel voll ist Und der Barrel Der Gravel Barrel voll ist Dann geht alles nach unten Geht der Überschüssige Gravel Nicolite Und das Genau, damit die Kisten hier nicht voll werden Nicolite geht jetzt alles runter Ja, hier in der ersten habe ich schon reingedown ein bisschen Das reicht vollkommen Wir brauchen Nicolite nicht viel Okay, das reicht ja Ne, dann kann Nicolite Da unten wird's verbrannt Da können wir halt immer wieder reinhauen Was wir halt weg haben wollen Was die Quelle uns nicht bringen soll Ja, du weißt aber gerade Dass hier auch Erze runter wandern, oder? Ne Ach ne, das sah nur so aus Ja, weil es so schnell ist Ja, weg Fuck Ja, und jetzt heißt es einfach warten Wenn die Kisten hier leer sind Dann werden einfach die nächsten angeschlossen Genau Und jetzt machen wir was folgendes Ach, die Quelle soll direkt da lang liefern Das ist schon Das schlau ist Die Böschchen Das ist ja gleich hier mit rein Doch die Liebe Obwohl, das sieht man noch nicht so ganz Ja, ein schlaues Böschchen Dann haben wir nämlich endlich mal das blöde Lager Wir haben hier einen Raum Lager und den können wir auch dann erweitern Und hier noch schön Und hier und die hier drüben Haben wir ja unsere Craftinganlage gebaut Da hinten drin noch schön Das wisst ihr ja noch Hier Ich hoffe, dass wir euch Da haben wir noch nichts reingetan Außer das, was wir hatten Genau Und hier haben wir jetzt Jetzt habe ich was abgebaut Den ME-Inport Hatten wir hier irgendwas eingestellt Ja So, ist der Quelle, ja es passt Du darfst nichts Nicht abbauen, dann baust du alles ab Soll ich sie dir eine Folge anschauen Nein, das haben wir doch gar nicht in der Folge Doch, oder? Doch, doch, doch Doch, stimmt Ha, okay Auf jeden Fall Ist das ja einfach nur Dass wir immer genug Sand im Lager haben Ja, was ja momentan nicht der Schlimmste Immer genug Sand Und wenn wir Wenn tausend Sand im Lager sind Dann ist das Ding hier still Wenn keine tausend Sand im Lager sind Dann sagt das Ding hier Gib mir Cobblestone Sand Genau Sand wie Sand Gut, dann seht ihr, dass das alles funktioniert Läuft, hier würden die ganzen Kisten hier leerbomben Genau Und dann sagen wir sehen uns in der nächsten Folge wieder Dann machst du wieder um? Ja, ja, ist schon wieder hier vorbei Ist schon wieder vorbei Mir geht noch Ich wünsche Ich wünsche euch auf jeden Fall ein geiles Wetter genießen Geht Genau Schön Poolen geht Alles Und danach Und danach guckt unsere Let's Plays Oder davor, kann auch nicht schauen Oder davor ist auch nicht schlimm Genau Oder während ihr in der Sonne liegt Genau, mit dem Handy Genau Alles klar Würde ich sagen Ciao Leute Bis zum nächsten Mal Stay tuned Bye bye Ciao 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 Ciao